Musik Musik Es geht darum, Mobilität ökologisch nachhaltig und sozial gerecht zu gestalten. Und wie unser Vorschlag dazu aussieht, könnt ihr euch an den Plänen anschauen. Dazu gehört, neben einem Netz von Fahrradstraßen und Fahrradwegen, eine E-Q-Trump und der Nahverkehr zum Nullverkehr. Unsere Forderung ist, Verkehrsräder jetzt, wir haben keine Zeit. Dankeschön. Musik Die Grenzen zwischen den einander fremden und verfeindeten Städten sind verseuchte, was sie tun. Die Versammlung durfte die nahegelegene Philosophenstraße, um deren Autofreiheit es ja eigentlich ging, nicht nutzen. Dafür gab es sehr abenteuerliche Gründe. Autofahren war der Stadt Gießen wichtiger als das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Und auch das Verwaltungsgericht Gießen rund um den bundesweit bekannten NPD-Sympathisanten Höfer sah das dann so. Folglich musste das auf der Fläche daneben ablaufen, während die Autos weiter munter fuhren. Aber nicht allzu lange. Zwei Personen gingen mit einem Gehzeug auf die Straße und wanderten in Richtung Wissegauer. Sofort hinterher und gestellt und eingekesselt vom Ordnungsamt und der Polizei. Die dadurch aber nicht mehr merkte, dass am anderen Ende sich ein Tripod aufbaute, mit einer Person drin. Und schwuppdiwupp war für den Rest des Tages die Sache einigermaßen geregelt. Wütende Ordnungsämter, ein bisschen belustigte Polizei, die durchaus mit dem rabiaten Stil des Ordnungsamtes nicht immer einverstanden war. Derweil ging es auf der eigentlichen Veranstaltungsfläche munter weiter. Mit weiterer Musik, Redebeiträgen und abends dem Film im Rahmen der globale Mittelnest. Ein weiterer Musik, Redebeiträgen und abends dem Film im Rahmen der Welt, Hallo und herzlich willkommen bei den ganz besonderen Filmabend bei der globalen Mittelhessen. Mein Name ist Martina und ich wohne hier in Wisseg und ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich gekommen seid zu unserem Filmabend. Dieser Abend hier ist in zweifacher Hinsicht eine Premiere. Also erstmal ist es der erste Abend, wo der Film One Word zum ersten Mal in Deutschland live tatsächlich vor Publikum gezeigt wird. Und das zweite ist, dass es hier in Wisseg auch eine Premiere ist. Es ist nämlich die erste Verkehrswende-Veranstaltung hier in Wisseg. Und ich freue mich, dass es trotz vieler Widrigkeiten im Vorhinein doch gut geklappt hat und dass wir jetzt einen tollen Abend haben, bei dem wir uns mit Verkehrswende, mit Klimawandel beschäftigen und hier ein tolles Straßenfest gemacht haben. Noch schöner wäre es, wir hätten es tatsächlich auf der Straße machen können. Wie schön wäre es, wenn wir in der Wisseg auch spazieren gehen, wenn wir Stadtautolärm Vogelgezwitscher hören würden. Oder wenn auch hier auf der Philosophenstraße Kinder Ball spielen könnten. Das wird doch auch unsere Lebensqualität erhöhen. Aber bei uns geht es hier nur um Lebensqualität. Und auf den Marshallinseln geht es um die Existenz. Und während wir scheinbar noch die Wahl haben, fahre ich jetzt Auto oder fahre ich Fahrrad, werden die Marshallinsel eben wahrscheinlich schon bald im Meer versinken. Aber wir sind alle Menschen dieser Erde. Und als Menschheit tragen wir diese Verantwortung für diese Klimakatastrophe, die wahrscheinlich nicht nur die Marshallinsel, sondern auch die gesamte Erde irgendwann unbewohnbar machen wird. Fangen wir also hier in Wisseg, in unserer Heimat damit an, Veränderungen einzuleiten. Und sehen wir nun in diesem bewegenden Film, was wir von den Menschen auf der Marshallinsel lernen können. Vielen Dank. Applaus Dann ist es ordentlich hart. Dann haben wir gerade noch einen große Flas butet. Dann kommen wir auch die Filter, doch schon ab. Dann haben wir auch keinen Ganga geент. Dann kann ich nur sagen. Dann wollen wir nur sagen. Dann kommen wir auch Guillermann, die Straßen, dann müssen wir fahren. Dann kommt noch ein bisschen ein Start. Soll ich nicht. Mein Leuten geht hier los. Die Situation hier beobachtet, die kann jetzt gerade nicht sprechen, weil sie halt noch Eis verkaufen muss, aber sie hat gemeint, es ist ganz oft so, dass Autos hier bei Rot rüberfahren, dass es schon ganz viele dreckliche Situationen gab. Und gerade wenn Kinder von hier unten kommen und wollen hier hochfahren, dann müssen sie also einen leichten Berg anfahren, sind nicht so schnell. Und hier, also da vorne ist 30, hier vorne ist auch wieder 30, ich glaube hier ist 5, ich weiß gar nicht genau, hier 50 ist oder konsequent 30, also es muss absolut auf jeden Fall rigoros kontrolliert werden, dass hier nicht schneller als 30 gefahren wird. Und da vorne ist der Kindergarten, das heißt, wie eben schon gehört, braucht es ja auch da. Dann haben wir jetzt ein kleines Highlight. Es ging ja darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und deswegen haben wir die Mitglieder des Ortsbeirats Wiesek, der sich ja nun zugegebenermaßen auch mit der Philosophenstraße beschäftigt, eingeladen hier mit uns ins Gespräch zu kommen. Und ich bin total gespannt, wer da ist. Du auch, Hörg? Ja, ich hoffe, die wollen alle mit ihren Bürgerinnen und Bürgern reden, oder? Ja, ich hoffe. Also wir machen das folgendermaßen. Ich frage jetzt einmal durch und wer da ist, da würde ich mich total freuen, wenn sie nach vorne kommen und ein ganz kurzes Statement zur Philosophenstraße abgeben. Und danach, damit auch wirklich Raum zum Gespräch ist, haben wir hier ein paar Stühle und Tische aufgebaut und dann wäre es total schön, wenn sich Bürgerinnen und Politikerinnen einfach miteinander darüber unterhalten können, worum es hier geht und wer was will. Ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn jemand von der CDU-Fraktion da ist. Na, nicht so schüchtern. Das geht doch. Okay. Aber die haben auch was geschrieben, oder? Ach so. Stimmt, ich bin so vergesslich. Hast du recht. Okay. Und zwar wurde uns schon mitgeteilt, dass Sie vermutlich nicht kommen werden oder sehr wahrscheinlich... Nein, Sie kommen nicht, weil wir kennen Ihre Position. Wie ist Ihre Position, Jörg? Ja, also wir haben mal ein bisschen in den Zeitungsarchiven geblättert und das ist schon ziemlich spannend. Die CDU hat ja vor wenigen Tagen rausgehauen, oder zumindest der CDU-Ortsvorsteher, dass die Idee, die Philosophenstraße zur Fahrradstraße zu machen und für Autos zu sperren, sei utopisch. Jetzt schauen wir mal, was die CDU in früheren Tagen so gesagt hat. Da sehen wir zum Beispiel das Jahr 1980. Das war so, dass die Philosophenstraße hier auch so als Durchgangsstraße benutzt wurde und das hat alle genervt. Damals gab es schon den Autobahnring, aber noch nicht den Wiseker Anschluss. Und dann wurde beschlossen, wir schließen Wisek an den Autobahnring an und dafür machen wir die Philosophenstraße dicht. Und während das CDU-Parteiprogramm von Wisek von 1980 guckt, liest dort, dass die Philosophenstraße gesperrt werden soll. Okay, dann sind die ja doch unserer Meinung. Ja, es kommt doch besser. Nein! 1992 hat die CDU dann einen konkreten Vorschlag gemacht und die Philosophenstraße da unten soll gesperrt werden. Und in diesem Bereich von der Brücke bis oben zum Eichscafé soll es eine gepflasterte Spielstraße werden. Hallo! 1992 Positionen der CDU und jetzt, das ist utopisch. Okay, wir wissen, Menschen können sich verändern. Naja, das sind vielleicht lieber die gleichen. Ja, das stimmt. Okay, also, scheinbar haben wir jetzt leider niemanden von der CDU da, aber vielleicht darf ich jemanden von der SPD-Fraktion begrüßen, die hier ein kurzes Statement abgeben möchte. Ja, was ist denn mit euch los? Redet ihr nicht mehr mit den Menschen? Weiß ich nicht. Die haben uns leider auch nicht geschrieben, ob sie kommen oder nicht, aber sieht jetzt ein bisschen so aus, als wären sie nicht da. Ja, ähm, ist denn vielleicht von den Freien Wählern jemand da? Nee, weiß ich nicht. Auch nicht, aber ich hab hier was Schönes von denen. Ah, sag bloß, was denn? Ja, es sitzt nämlich der Heiner Geißler im Ortsbeirat. Der ist für alle, die es nicht wissen, auch der Chef auf ganz Gießen-Ebene. Der hat einen kleinen Text geschrieben, was wir uns auch gewünscht haben. Wir freuen uns also immerhin schon mal darüber. Und das heißt, inhaltlich haben wir eine durchaus eine andere Meinung wie die ihre. Die Freien Wähler halten die derzeitigen und seit circa 20 Jahren parteiübergreifend vom Ortsbeirat geforderten Umbausmaßnahmen zum sinnvollen Miteinander von Auto- und Fahrradverkehr für zielführend und richtig. Und jetzt kommt ein schöner Satz, Fahrrad und Auto sollen gleichberechtigt auch vom Platz her sein. Weder sollten dem Auto vorangegeben werden, noch dem Fahrrad. Von daher ist die derzeit geplante Umbauvariante von einem zusätzlichen Fahrradstreifen die von uns favorisierte. Okay, aber dann machen wir den Fahrradstreifen doch so groß, wie die Straße jetzt schon ist, oder? Also der Herr Heiner Geisler, der FW-Chef von Gießen, fordert, dass Auto und Fahrrad gleich viel Platz in dieser Stadt bekommen. Also entweder will er die gesamte Stadt zubetonieren, indem er noch genauso viel Fläche, wie jetzt die Autos haben, für Fahrräder zubetoniert. Da wird er eine Menge Häuser abreißen müssen, weil so ein Platz ist ja gar nicht. Oder er meint das so wie wir, weil wir schlagen ja vor, dass die Hälfte der Straßen in Fahrradstraßen umgewandelt wird. Also Herr Geisler, wir freuen uns eigentlich über Ihre Unterstützung. Autos und Fahrräder haben in Gießen die gleiche Fläche, wenn die Hälfte der jetzigen Autostraßen Fahrradstraßen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er was anderes gemeint haben könnte. Nein, das klingt total logisch. Klasse. Okay, ich bin froh. Schade trotzdem, dass er nicht da ist. Aber vielleicht ist jemand von der FDP-Fraktion da. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber Herr Schleher war auf dem Wahlplakat mit einem Fahrrad abgebildet. Fand ich ja super sympathisch. Ich könnte mir vorstellen, soll das was bedeuten? Aber vielleicht ist er ja da und kann es uns erklären. Also mindestens wissen wir jetzt, dass er weiß, was das ist. Ist denn jemand von der FDP-Fraktion da? Das ist schon eine schlechte Quote, würde ich sagen. Also mit der Bürgerinnen-Nähe, da ist wohl nicht so viel zu holen. Wir versuchen es mit der letzten Liste für Umweltschutz und Frieden. Buff. Vielleicht ist denn von Buff jemand da? Es bewegt sich jemand. Ich habe Hoffnung. Juhu! Dass wir das noch erleben dürfen. Vielen Dank! Dann nimm meinen Platz hier ein. Also oder? Wir sind für eine Fahrradstraße. Wir beschreiben das Ganze erstmal als Verkehrsversuch und sagen, wir wollen erstmal für mindestens ein Jahr diese Fahrradstraße haben. Sie sehen, wir haben es vor zehn Jahren schon gefordert. Also wir sind durchaus der Meinung, dass das eine sinnvolle Geschichte ist. Aber um halt auch den anderen Fraktionen eine Brücke zu bauen, zu sagen, wir machen erstmal einen Versuch und die Planung des Radweges soll aber weitergehen. Dass wir da nicht irgendwie Schiffbruch erleiden. Ob uns das gelingt, ich weiß es nicht. Aber ich denke, wir haben über die entsprechenden Fraktions- oder Koalitionsverhandlungen da auch einen Hintergrund. So, dass wir es dann spätestens in der Stadt durchkriegen und irgendwann die Fahrradstraße bekommen. Weil das ist ja kein großer Eck, eine Fahrradstraße zu machen. Da kommt ein großes Schild hin. Tempo 30 Fahrradstraße. Also Fahrradstraße heißt Tempo 30. Natürlich, und da mögen wir uns jetzt unterscheiden, zumindest zu einigen, die hier vielleicht sind, natürlich mit der Berechtigung, dass Fahrzeuge dort durchfahren können. Also das wollen wir nicht. Wir wollen keine reine Fahrradfahrradstraße, sondern schon mit Autoverkehr. Aber wir haben, wie gesagt, die große Hoffnung, dass dann zumindest mal der Durchgangsverkehr, also sprich der Durchgangsverkehr, der durch Wisseg fährt, aber auch über den Ring fahren könnte, nicht mehr durch Wisseg und die Philosophenstraße fährt. Und ich glaube, das wäre schon mal eine ganz große Geschichte, die uns ganz weit an allen Wissegern weiterhelfen würde. Für ganz Gießen und einige umgebende Gemeinden wurde ein Verkehrswendeplan erarbeitet, in dem alles eingezeichnet wurde, was sich ändern sollte. Die Straßenbahnlinien, Buslinien, die Fahrradstraßen, Fußgängerinnenbereiche und so weiter und so fort. Für Wisseg wurde anlässlich des bevorstehenden Straßenfestes alles nochmal überarbeitet. Und in den Plan eingetragen. Dieser war ausgehängt und konnte diskutiert werden. Mit der abschließenden Fahrraddemo der Aktionstage wurden einige dieser Wege abgefahren und alles erklärt. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017